Du kannst den Scheiß einfach cheesen, ich werde bescheuert, ey. Toll. Nein, wieso fällt er denn da rein, da war doch noch Solid Ground. Das Ding hat keine, warum hat das keine Hitbox? Das, das hier hat keine Hitbox, warum? Wo ist das, der Bär aus dem anderen Level? Oh, das sieht nicht wie Bärenfußabrücke aus, das könnte auch Yeti oder irgendwas sein. Ne, äh, Bigfoot. Irgendwas stirbt da gerade im Wald. Abservation Tower. Abservation Tower. Also ich ärgere mich gerade mit dem Minigame dermaßen, dass ich das nicht gesehen habe gleich. Dass wir vorher umschauen sollen, ey. Ne, das ist der, der, das ist doch der. Ein alter Interversen, der an diesen Mary Gray gespannert hat. Das kann doch eigentlich nur Dings gewesen sein. Ich hatte noch eine Kamera. Onkel Billy. Hm. Eigentlich brauchen wir noch Kameras aus dem Lager oder sowas. Haben wir dann hier. Ja. Ich brauche die Zelte nach Anweisung auf, ja. Das nächste Abzeichen. Geht das dann auch wieder auf Zeit? Oder was? Äh. Oh, um. So eins. Das sind Dinge, was wir hier stehen haben, dann so ein grünes. Dann so ein Ding in blau. Dann so ein anderes blaues und dann so eins. Sehr schön. Das war ja relativ easy. Hier ist auch noch eine Kamera. Also brauchen wir noch Kameras. Was drei Stück ist jetzt. Für was auch immer. Okay, das Level gut, ich meine ich hab da noch ein bisschen Credits und gucken was ich rausschneiden muss. Oben waren die Duschkabinen und Co. Was fehlt denn noch? Das ist die Stimme von der Frau. Das ist die falsche Voice. Okay, mich wundert im Spiel hier gar nichts mehr. Okay. 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 ich finde irgendwas feines zu holen, aber wahrscheinlich nur ein kleinkram, ne, das ist noch was, aber das Klopapier haben wir auch noch nicht, ne, goldenes Klopapier fehlt auch noch, oder das können wir ja nicht, je, das geht ja mal gar nicht. Funk. So. Weil wir so viel Ressourcen gesammelt haben. Aber hier ist jetzt nicht so viel mehr. So, unser Scoutmaster, der war, war das die Bude da? Ne, das ist Lager. Aber das Klopapier. Ich höre die heimige 3 Scheißigkeit. Das ist ja perfekto. Eine Kamera. Unter uns, Moment. Ich möchte jetzt nicht wissen, was sie hier unten veranstaltet haben. Aber ja. So. Hier war nur eine Camp, die können wir bestimmt mehrfach verwenden, oder? Testen wir das doch mal. Habe ich noch richtig gesehen. Da ist doch noch was drauf, ne? Ich weiß nicht, das ist der Hut von der einen Figur. Äh, der Hut. Das ist der Kopf von der Figur, die wir zusammenbauen können. Oh, Apropos Kopf. So. Sehr schön. Was war er denn? Ah, beziehungsweise. Hier war das Scout-Bewohner. Was war das? Hier war das Büro von Onkel Steve Graham. So. Hi. Du hast es nie verdient. Hier bin ich. Hier bin ich den Hörger. Hier bin ich. Wrech, nicht du. Fsek. sogar komplett legit verdient wir hatten 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 wir hatten hier oben da hin wo die anderen waren so einer war da hinten und einer war zwei das war der Sasquatch der 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 Bigfoot das Alien will Bilder von einem Bigfoot haben nichts dazu nichts in Sicht oh noch einer waren das andere Dinge da oben ne das war hier oben auf der Hütte da drüben so frage ob das reicht oder ob wir noch an was an Items übersehen haben wo ist er denn ja ne ne komm hey hier jetzt geht doch dran 知道 raus geht doch dran Schade, geht das eigentlich? Wartet mal. Geht, aber juckt ihn nicht. So, theoretisch war das das letzte Item. Aber es war noch nicht Jihau. Nice, alles gefunden. Na dann, Abnerhaus. Jo, zurück zu Barn. Perfekt. Tadaa, sehr schön. Dann schicken wir mal das Item weg. Was haben wir denn noch? Wie gesagt, hier kann man... Stimmt. Frage, warum... Kleine Punkte, ja. Cool, null Punkte. Ach so, weil ich... Natürlich treffe ich jetzt nicht, ne? Musik. Da kann ich gerade... Das zählt nicht. Okay. Cut, null. Wie sollst du da 500 Punkte schaffen, Mann? Ja, wie gesagt, 500 Punkte. Lassen wir das erstmal. Ich hab's ganzes mal. Ich hab's... Vielen Dank.